So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine kleine Spezialfolge. Oh mein Gott, was ist da denn wieder los, wie sieht das denn aus? Das ist JD Vailer, oder so, habt ihr gesagt. Warum ist es JD Vailer? Weil ich letztens aufräumen musste. Ich musste letztens aufräumen bei meinem Account, ich habe keinen Platz. Ich habe gedacht, was mache ich? Ich lösche mal ein paar Hunderter, ich räume auf meine Hunderter-Sammlung. Immer wieder wird gefragt, kannst du mal deine Hunderter zeigen, kannst du mal deine Shinies zeigen, sonst was. Ich sage, haben wir schon oft gemacht, guckt euch alte Videos an. Aber es tut sich ja immer was und dann gibt es immer mal wieder was Neues. So, jetzt habe ich das Video gemacht, letztens meine 100% EV-Sammlung und Hundos löschen, das ist die Trainer Club Edition. Weil ich ein Bild gesucht habe im Internet, wo irgendwas mit 100% Pokémon drauf ist. Dann habe ich dieses super Thumbnail gefunden vom Trainer Club, wo der drauf ist, den Mund auffahrt. Und oh, da habe ich aus Spaß gedacht, ach, machst du die Trainer Club Edition, das ist dein Hintergrundbild. Und neben dem baust du dein Handy ein und da machst du das. Jetzt sollte ich das Video noch machen mit meinen Shinies, Shinies löschen, aufräumen, darüber gucken, dass ihr einen Überblick über die Sammlung habt und gleichzeitig ich Platz machen kann. Und dann hieß es, beim nächsten Mal musst du JD Vailer nehmen. Also haben wir zusammen im Stream ein Bild gesucht, mit JD Vailer drauf, oh mein Gott. Und da ist er, hat auch den Mund auf, natürlich. Und so muss ich mir gar keinen Thumbnail großartig raussuchen, wir nehmen einfach das, was wir hier haben. Wir gehen jetzt direkt mal hier rein, drücken mal auf Schillernd Pokémon, hier sind es 3087, die hier drauf sind. Ich gehe aber ganz nach unten und werde von ganz unten anfangen mit dem Aufräumen. Ich habe mir mal geschworen, dass ich glaube ich von den Shinies immer so sechs Stück aufhebe. Warum auch immer. Egal ob CD Shiny oder was anderes oder bei CD Shinies weniger, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Was haben wir ja alles am Start, müssen wir manches groß machen, können wir manches klein lassen. Hier ist so ein Lauchzelot da, hier Mautzinger, ne. Barrikadax, Barrikadax habe ich jetzt drei Stück mit Abblocker, das war glaube ich aus der Quest mit CD-Attacke, okay. Kondar Nachtheb, das ist eigentlich nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich mit Barrikadax hier mache. Äh, sind aber nur drei, wir lassen die einfach mal da stehen. Ich glaube, da lösche ich jetzt noch nichts. So, dann Meltan, Meltan Shiny, immer richtig cool, also ist ja mega selten, kriegt man ja nur bei diversen Events. Velursi, oh mein Gott, Velursi. Velursi, da können auf jeden Fall, leider kann man ja nicht mehrere markieren, vier Stück weg, weil Velursi ist sowieso ein... Velursi ist ein Sea-Day-Pokémon, das heißt, erstmal hat das eh jeder, ist auch ein recht aktueller Sea-Day. Und, ja, Kostur so... Das eine ist auf 50, das andere ist einfach so, wie es ist. Lassen wir mal auch so. So, Wuffels, Wuffels braucht man ja eigentlich vier Stück für die Familie. Haben wir Wolverog hier, einmal Tag-und-Nacht-Form, haben wir eins noch ausgebrütet, ist bestimmt irgendwann mal gutes Tauschmaterial. Mangunior haben wir sieben, plus Entwicklung, das heißt, einmal kann's weg, zack, sechs, plus Entwicklung, passt. Felinara, Bitora, passt auch. Iskala, passt theoretisch nicht, weil wir eins zu viel haben, wir löschen also ein Iskala. So, Sabayon, Flauschling, das sind auch, das passt. Pafi, vier, brandneu. Dann, äh, Leufeo, haben wir auch, drei, vier, sechs, passt. Datiri, sechs Stück, plus Entwicklung, passt. Skobbel, sechs Stück, passt. Genesek, Jurem, Demeteros, Regiram, Sekrum, Voldulos, Boryos, können wir auch so lassen. Ich versuche mittlerweile jetzt wieder natürlich nicht nur jedes Legendäre als Shiny, sondern auch als Glücks-Shiny zu bekommen. Vielleicht kann man doch irgendwann mal EV ändern und dann alle mal hochziehen. Capuno habe ich erst gelöscht, eins. Da muss ich mich dran gewöhnen, der Ton klingt komplett anders. Ich habe es sonst immer so, dass ich, was ich geredet habe, selbst gehört habe, auch in der Ausgabe. Jetzt höre ich mich nicht in der Ausgabe, ich höre alles total dumpf und komisch. Das wirkt sehr, sehr anders halt. Vermikula sind sechs Stück, passt. Funifras, sechs Stück, passt. Galück, das sind keine sechs, kann man so aufheben. Geronimat sind sechs, passt auch. Flunschlik, oh mein Gott, Flunschlik ist einiges da. Das heißt, wir können viele löschen, bis wir nur noch sechs Stück übrig haben. Eigentlich müsste man bei den Shinies ja mal nach dem Fangdatum gucken. Wenn du jetzt einen Flunschlik hast, was beispielsweise von 2016 ist und das tauschst du mal irgendwann mit jemandem, hat das eine richtig hohe Chance, lucky zu werden. Aber wir schmeißen ja eigentlich immer genau das weg, was wenig WP hat und heben nur die auf mit viel WP. Warum das so ist, weiß ich selber nicht. Ich wollte halt keine Shinies mit WP10. Ich hätte lieber die mit WP10.000 gehabt. Das hätte mir besser gefallen, aber es gibt ja auch einen eigenen Eintrag im Pokédex, wenn man Shinies mit drei Sternen hat. Also müsste man eigentlich mal bewerten und die, die eine gute Bewertung haben, aufheben. Oder die, die eine gute Bewertung haben, durchentwickeln für diesen Shiny-Drei-Sterne-Decks. Habe ich aber auch nie gemacht, habe ich auch noch nie drauf geachtet. Ich habe jetzt sechs Stück hier aufgehoben. Schnuthelm, passt so. Petsneef ist wieder eine Sache für sich. Denn ihr habt ja die normalen ohne Schleife und dann habt ihr die mit Mütze, also mit Schleife. Und das sind mit Schleife, das fängt hier dann nochmal an. Ne, das hat auch schon, das hat auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, es sind sechs Stück, passt. Milzer, auch mega selten gewesen. Oder auch nicht. Wer meint es zu viel? Schmeißen wir einen Milzer weg? Ich glaube, Milzer ist so ein cooles Pokémon, dass das braucht man nicht wegschmeißen. Pück-Raulon, uh, da haben wir, aber genug. Habe ich das schon entwickelt? Nein, das habe ich nicht entwickelt. Warum habe ich es eigentlich nicht entwickelt? Ich entwickle einfach mal das Höchste, weil ich das noch nicht gemacht habe, exklusiv im Video. Hätte ich mit Parvi theoretisch auch machen können, aber Parvi ist ja ein Pokémon, das musst du erst wieder zum Buddy ernennen. Und wenn du es als Buddy hast, musst du irgendwas damit machen. Ich weiß gerade gar nicht, was man mit Parvi machen muss. Aber so einfach geht das jetzt nicht entwickeln. Das hier geht schon einfach entwickeln. Mega-Launzer. Jetzt haben wir trotzdem noch zu viele. Das heißt, auch hier werde ich einfach mal welche weghauen, weil so viel braucht kein Mensch. Ich habe so selten Leute, die lucky werden. Und wenn die dann lucky werden, dann wollen die immer dies und das und jenes. Die seltenen wollen auch ein, also selten mal, dass Leute sagen, sie brauchen noch ein Shiny. Und wenn dann wirklich mal einer ist, der ein Shiny haben möchte, dann will der immer so allgemeines Zeug, wovon man sowieso CD hatte und immerzu wieder neue bekommt. Aber noch nie einen gehabt, der nach Milza oder irgendwas gefragt hat. Also ist immer sehr speziell. So, für Graulon haben wir sechs aufgehoben. Klick-Di-Klack, kann man ein paar Kastatur haben wir hier, müssen wir ab da, können wir auch weghauen. Kriegst du auch theoretisch immer wieder nach. Kastatur. Noch mehr. Hier von 2021. Der ist wenigstens schon mal ein Jahr alt. Manche sind natürlich auch getauscht. Wahrscheinlich die Älteren sind getauscht und haben ein altes Datum. Können wir also nicht nochmal tauschen, also ist das auch egal. Mully Moorba, Tarnpignon. Tarnpignon können wir auch ein weghauen. Haben wir trotzdem ja noch sechs Stück übrig. Kalverlanzas, Laukaps. Laukaps können wir ab dem 207er auch weghauen. Das speziell, weil das ist ja eine Tauschentwicklung, die ihr, wenn ihr es getradet habt, dann kostenlos entwickeln könnt. Aber man tradet ja nicht, ne? Und ja, da kommen immer die Leute, die sagen, was, der schmeißt das alles weg, das fehlt mir alles, hätte es mir lieber gegeben. Aber dass ich jedes Mal eine Million Stau bezahlen soll, damit einer einen Pokémon kriegt, der das nicht hat, das kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Ist leider so. Wenn ich das mit ein, zwei macht, dann will der dritte, vierte auch. Und deswegen lieber ein bisschen aufräumen und das halt für die Glücksfreunde, für Leute, die wirklich Best Friends sind und Glücksfreunde werden. Und dann mal sagen, hast du noch ein Shiny von dem? Und dann kann ich sagen, yo, ich habe sechs Stück von dem immer aufgehoben. Dann passt das eher, ist dann auch eher erschwinglicher. So, hier sind wir auch bei sechs Stück. Unratütok, sechs Stück, das passt. Flapterix 2, ich entwickle das jetzt auch einfach mal hier in dem Video. Kam ja nur aus Eiern. Weil diese Abenteuerwoche zusammen mit Galabafloss, Galabafloss habe ich kein einziges, wäre also, weil es immer heiß, der Ramses, der hat immer alles. Ne. Galabafloss fehlen mir zwei Stück. Für die Familie. Aeropteryx haben wir jetzt hier entwickelt. Oh, Aeropteryx, wie der hier rumflattert. Aber cool, ist jetzt auch hier dabei. Makabaya 6, Lithomyf. Können wir zwei wieder weghauen. So, das passt auch. Flampivion, so, das sind die Roten, das sind die Weißen. Waumball haben wir auch etliche zu viel. Drei, vier, fünf, sechs. Ich kann also alle von hier weghauen. Ist eigentlich auch ein richtig schönes Shiny. Aber es bringt ja nichts. Ich kann nicht von jedem 10.000 aufheben. Ich bin immerzu am Maximum. Ich schmeiß Hunderter weg. Ich schmeiß alles weg. Ich schmeiß Nuller weg. Ich trau mich nicht mal die aufzuheben. Ich habe schon begonnen, jetzt die ganzen Krypto-Dinger wegzuschmeißen. 98er, Knuffenser, Krypto, Knuffenso, Krypto. Weil ich denke, was machst du damit? Nichts machst du damit. Also, und trotzdem kein Platz. Hier, zwei Toxipad können weg. Eins, zwei. Da ein Düdlüm ist übrig geblieben. Also ein Rollum. Passt das hier? Das passt, das passt. Fast Carapenis auch komplett durcheinander. Zwei Stück weg. Ja, sieht fast so aus. Bin überfordert. 3, 4, 5, 6 passt hier. Jutesto. Jutesto gerade mal zwei Stück. Ist regional. Gibt es bei uns ja nicht. So, Schallquap kann auch eins fort. Weil dann haben wir hier wieder sechs Stück übrig. Und die Entwicklungen. Oh, doch. Passt mit sechs Stück. Prakti-Balk da. Ist noch eins drüber. Flecknoil. Können wir ab hier auch alle weghauen. Weg. Weg. Gibt es jedes Mal einen XL-Baumum dafür? Gibt es die garantiert bei Shinies? Nein, gibt es nicht. Jetzt haben wir nämlich keins bekommen. Weg. 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 Also man kann ja einstellen, dass man Massen verschicken kann. Gerade bei Legendären oder so. Aber ich glaube, wenn du diese Aktion aktiviert hast, geht das ja trotzdem nicht bei Shinies. Und das ist das Problem. Also da wäre es cool, wenn das auch gehen würde. Man aus Versehen dann alle auswählt und wird einmal verschickt. Das wäre richtig cool. Da kann man so ein Video dann machen. Ich habe aus Versehen alles verschickt, heißt das dann. Featuring. Wüstig Seven, genau. Da tun wir den nämlich hin. Da kann der auch mal so einen Gummipuppenbund machen. Wir haben jetzt hier die fertig. Kiesling sind sechs Stück. Genau. Das kleine Zebra. Das kommt jetzt auch in der Fashion Week dann zurück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann plötzlich mit Kragen. Drei Stück. Also davon müssen wir so viel aufheben. Das ist wichtig. Dusselgurl. Sechs Stück ab 540. Kann hier eigentlich auch alles weg. Bei Dusselgurl könnte man eigentlich wieder auf männlich-weiblich achten. Da sich das dann natürlich wieder anders entwickelt und anders aussieht. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Die Leute sagen, ach was, ich sammle doch Shinies und Familien. Ne, ich sammle gar nichts. Ich entwickle einfach nur durch. Als ob da jetzt jemand auf männlich-weiblich achtet. Ich achte drauf. Der Rest jetzt vielleicht nicht so. Sodamark, Grillmark. Da haben wir auch theoretisch eins zu viel. Den können wir auch weghauen. Ja, können wir weghauen. So. Veggie-Markt, Teddybark, Jorklef. Auch immer ziemlich viele unterwegs. Können wir auch ein paar weghauen. Seht ihr schon? Was sind gängige Pokémon? Pokémon, was sind seltene Pokémon? Wo natürlich die Spawns relativ wenig sind. Ihr also relativ wenige Encounter habt. Habt ihr auch weniger Shinies. Drei, vier, passt. Nagel-Lots. Ja, Nagel-Lots. Otaro, sechs Stück. Floing, sechs Stück. Serpifoi, sechs Stück. Darkrai. Darkrai ist jetzt so ein Fall, ne? Kannst du ja nicht tauschen. Könntest du also aufräumen. Aber ich hab so viele Darkrai-Rates gemacht. Die möchte ich gerne mal so auf der Hand behalten. Die Legendären sind... Ja, komm, die Legendären, die musst du behalten. Guck dir an, wie viele Heatran da sind. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Da haben wir lauter anderes Zeug. Wo ist wieder was, was man gut aussortieren kann? Schneebedeck. Sind sechs Stück. Passt. Klibunge. Kommt jetzt mit seiner Mütze eh zurück. Wir haben also hier sechs Stück normal, ohne Mütze. Wir haben sechs Stück mit Mütze. Und wir können es ja wahrscheinlich dann jetzt in der Fashion Week auch entwickeln, dass die Mütze durchstochen wird. Hier haben wir vom Skorpion sechs Hypo-Bodders. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir hätten eins, zwei, drei. Wir machen es wirklich mal so. Wir heben drei männliche und drei weibliche auf. Dann haben wir auch sechs Stück insgesamt. Denn die sehen ja auch unterschiedlich aus beim Entwickeln. So, jetzt haben wir drei männliche, drei weibliche. Seht ihr ja, wenn ihr das durchentwickelt hier, da denkt man, hä, shiny und normal. Ne, männlich, weiblich. Knackrack. Da haben wir schon den ganzen Sack voll. Hier haben wir noch, das ist wie bei Milza. Komm, kau mal lad, hebst du mal auf. Bronzel dürfte auch wieder was sein, was sehr oft kommt. Bronzel, Bronzel, Bronzel. Eben mal hier oben auf und ab hier können wir löschen. Bronzel, Bronzel und noch mehr Bronzel. Es gibt ja einige Pokémon, die haben wirklich diese 1 zu 450er Rate als shiny. Dann gibt es welche, die haben 1 zu 60 oder irgendwas. Das, Onyx und Sichlor fallen mir sofort ein, die halt relativ stark geboostet sind. Mir kommt so vor, als würde Bronzel auch mega geboostet sein, weil gefühlt am Anfang kein Bronzel. Und jetzt so viele Bronzel immerzu. Bronzel muss ich regelmäßig aussortieren, weil ich dann immer zu viel Bronzel habe. Also kommt das auch weg. So, vor allem will ich 15 Uhr anfangen zu streamen. Muss mal aufpassen, dass ich nicht, dass das Video länger geht und ich dann hier sitze, eigentlich schon im Stream sein muss. 3, 4, 5, 4 auch, 3 Katzen können weg von Schamjahren. Ich könnte das natürlich alles auch für mich aussortieren. Dann hätte es nicht den Eindruck so, guck mal, wie er da angeben muss die ganze Zeit und sonst was. Aber nein, für mich ist das nicht angeben. Für mich ist das einfach, ich will das wirklich aussortieren und das alles mal ein bisschen aufräumen und das ist so mitgucken können, die das wollen. Und die so einen kleinen Überblick haben, weil es immer heißt, zeig mal, zeig mal. Und ich sage immer, kann ich nicht zeigen, dauert zu lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat keine Perücke. Die haben doch hier auch Sinn noch wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Hier, erst bei Hasby für Bub, der. Ja, die letzten zwei haben eine, 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 hier einen Blumenkranz. Das heißt, den Rest kann man trotzdem auch hier schon entsorgen als normale. Jetzt nochmal gucken. So, zwei können immer noch weg. Zwei Hasby Rohr, wie gesagt, braucht man auch nicht. Hier kommst du schnell mal durcheinander und schickst was weg, was du gar nicht wegschicken wolltest. So, jetzt sind es sechs plus zwei so, plus, was mit dem ist, habe ich gar keine Ahnung. Den habe ich zu einem Mega-Pokémon mal gemacht, obwohl der hier höher ist. Könnte man den eigentlich auch wegschmeißen. Ich hebe den mal auf. Driftlon sind sechs. So, Kinoso, Kigugi passt. Barmelin passt. Vadribje. Vadribje auch speziell. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das heißt, ich kann eins, zwei, drei, vier Männchen wegwerfen eigentlich. Tun wir mal hier weg. Eins. Zwei. Drei. Das ist auch richtig. Vier. So. Nochmal durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Plus, der Rest dürften noch zwei Weibchen jetzt sein. Passt. Burr, Madame. Burr, Madame. Drei, vier. Passt. Oh, grün ist zu viel. Grün. Vier. Weg. Bumi. Weg. Weg. Da kommt es eigentlich auch wieder auf männlich-weiblich an. Das war auch. Manche haben hier tragen auch einen Namen, wie ihr seht. Da steht der Beangelo dran. Damals die Hochzeiten. Ja, und dann hat man noch getradet. Und jetzt hätte ich fast das Falsche verschickt. Das kommt auch fort. Angelo, Pupsi und Robby und wie sie alle heißen. Sechs, sechs. Was ist denn mit dem Rest? Was ist denn das? Hier, dieses. Einmal nur. Von den anderen sechs Stück auf der Hand, von dem nur eins. Das kann gar nicht sein. So, Schilderus ist auch am Start. Kognodon. Kognodon können wir auch ein paar weghauen. Ist natürlich ein relativ cooles Pokémon. Ist ein cooles Shiny. Ist ein nützliches Pokémon. Aber kein Mensch braucht da zwanzig Shinies von. Also hauen wir die auch fort. Fort. Fort, fort, fort. Passt. Rose Rade. Lass mal. Shiny, nox. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kommt eins weg. Dann haben wir eins mit Hut. Lass mal. Hut, Hut, gut. Dann haben wir hier. Ja, Zepurze, was weg kann. Weiß nicht, wieso mich das jetzt so... Zepurze hat mich festgehalten. Ich konnte nicht mehr denken, weil Zepurze mich so angegrillt hat. Äh, eins noch. Eins noch. Weg. Rest bleibt. Bidica. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bidica ist eigentlich besonders, weil Eisstrahl, Kraftkoloss, Donner, Blitz, Kraftkoloss, Eisstrahl, Strauchler, Strauchler. Da gab es ja so einen besonderen Tag, wo die besondere Attacken hatten und man die aufheben konnte mit... Für den Bidica Cup. Aber komm, Bidica Cup ist Vergangenheit. Eins, zwei, drei, sechs. Wir ziehen ab hier die auch weg. Die sind eh die unteren, viele mit einem blauen Hintergrund noch. Also die sind jetzt auch nicht so alt. Und die besonderen Shinies mit den besonderen Attacken, die haben wir noch da. Kennt ihr den Bidica Cup? Habt ihr den gespielt? Habt ihr den verpasst? Könnt ihr euch noch erinnern, wie es beim Bidica Cup abging? So, Staralili auch hier. Etliches. Ist auch ein Seeday-Pokémon wieder mal. Also da kann man eigentlich so gut wie fast alle weghauen. Dürfte fast jeder haben. Schert sich keiner mehr großartig drum. Hast du noch ein Staralili? Ja? Gleich nicht mehr. So. Hauen wir die auch weg. Ich hätte die Woche eigentlich auch noch ein GBL-Video aufnehmen müssen, mal zur Hyperliga. Ich hab für die Superliga extra eins gemacht. Ich hätte für die Hyperliga auch eins machen müssen, aber... Du rennst nur hin und her, dann bist du doch mal da. Dann gibt's da wieder Stress und Ärger und alles und hin und her. Ja, bla. Es rennt alles weg. Jetzt willst du mit Schild anfangen. Da ist noch eins im Häuschen. Das heißt, wir schieben das einfach weg. Haben das übrig. Wir müssen das mit einberechnen. Plinfa, Plinfa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jetzt hier das Problem. Das ist ein Kürbishut. Und das ist ja der andere Hut, ne? Nicht verwechseln. Bitte. Also müssen wir alle aufheben. Die Plinfa. Plam, flam. Drei, vier, fünf, sechs. Und dann geht's auch hier los mit Hut. Haben wir auch mal in der Verlosung gehabt. Wer das nicht wusste. Dann haben wir hier drei, sechs. Roter Hut, weißer Hut. Die waren auch mal verlost. Diox ist alle vorn. Chill Boris. Rayquaza, Groudon, Kyogre, Latios, Latias. Lila Low, Rigistil, Regi-Eis, Regi-Rock, Tarnel. Tarnel ist eigentlich auch ein mega cooles Pokémon. Aber komm, vier Stück können wir noch weghauen. Hier der ganz untere Bereich. Die sind ja so low. Ist auch ein C-Day-Pokémon natürlich. Eigentlich müsste man da konsequent sein. Aber Milza und Kaumalad haben wir ja auch ein paar aufgehoben. So. Jetzt geht's hier schon wieder in die sechs plus Krypto. Passt hier. Libiskus. Eigentlich mega selten. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Mach mal auch, weil ich es eigentlich genial finde. Neun und werfen wir mal eins weg. Perlu können wir so lassen. Seemops. Drei, vier, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs normales. Sechs mit Schal. Ist vielleicht auch mal was wert irgendwann. Sechs Schnäppke. Ab sollt sechs Palimpas zwirlicht können zwei weg. Normalerweise machen wir auch. Zwei zwirlicht weg. Schuppet. Achso, da oben ist Formio. Seht halt einfach jetzt genauso aus. Oder kennt ihr den Unterschied zwischen Schuppet und Formio? Schuppet, Formio. Schuppet, Formio. Äh, drei, eins, weg. Braucht man nicht. Kann auch Fortbarsch war. Ist auch mega nervig. Da hat er auch einen Quest Day. Der Quest Day bei uns war natürlich ein bisschen verbuggt, ne. Wir hatten so eine geringe Shiny Chance. Kaum jemand hat da einen Shiny Barsch war rausgekriegt aus dem Quest Day. Dann alle anderen Zeitzonen. Da haben sie es drastisch angehoben, dass die nicht so genervt sind wie wir. Ja, wir waren Versuchskaninchen. Mittlerweile ist es ja nicht so. Mittlerweile fängt es ja woanders überall an. Und dann kommt es auch mal zu uns, wo schon alles kaputt ist. Anurid kann ich auch hier einige wegwerfen. Ähm. Nehmen wir noch sechs Stück. Lard. Genau, Lard. 2019. Der ist bestimmt auch getauscht gewesen. Also nicht wundern, den kann ich gar nicht nochmal wegtraden. Für Alt, weil der war schon. Nochmal zwei. Anurid raus. So, passt. Vili. Vier Vili raus. Fünf gegen Willi. Der ist auch getauscht, glaube ich. Weil der hat auch ein Dings dran. Ihr seht, damals alle Shinies, die man hatte, waren getauscht. Von coolen Leuten oder so. Weg, weg, weg. Pupanz. Einer zu viel. Pupanz kommt auch fort. Krebs, Krebs, Korps. Haben wir letztens erst einen getauscht gegen Dragonite. Jetzt habe ich nur noch zwei. Äh. Schmerbe passt. Sonnenfell. Puh. Können wir auch zu viel. Können wir auch weghauen. Was meint ihr, was man mehr hat? Sonnenfell oder Lunarstein? Ich glaube gefühlt Lunarstein. Aber Sonnenfell ist irgendwie das bessere Pokémon. Das coolere Pokémon. Das sonnigere Pokémon. Wir sehen es gleich. Müssten wir nur mal merken, wie viel wir jetzt hier weggeworfen haben. So, sechs sind übrig. Und nein. Lunarstein hat viel weniger. Obwohl, warte mal. Ich bin schon wieder falsch. Kommt trotzdem einer weg. Aber doch, wir hatten mehr Sonnenfell übrig, als wir Lunarstein hatten. Sango passt sechs. Warblue passt sechs. Knacklion. Zwei zu viel. Zwei weg. Wie brav war. Aha. Pandir. Beim Pandir blicke ich gar nicht durch. Eins, zwei, drei. Das ist auch Pandir vier. Das können wir mal mit ranschreiben. Ach Mann, jetzt steht da Pandir 47. So, wir probieren es nochmal. Pandir. Pandir 4. Pandir 4. 5, 6, 7, 8, 9. Pupsi 9. Oh. Spoink. Kann auch. Bisschen was weg. So. Schmeißen wir mal. Schmeißen wir mal. Du hast da gar keinen Durchblick. Wir fangen mal unten an jetzt wieder. Wir wollen doch nach den WP sortiert gehen, ja. Nicht einfach querbeet irgendwas machen. Die auch weg. Eigentlich müsste man so ein Video machen Ende des Jahres, dass man da nochmal einen Überblick hat. Aber, ne. Drei, vier, eins, noch. So zwischendurch. Das geht eh unter. Ich kann dann aber immer wieder drauf verweisen. Come on. Come on. Come on. So viele. Was ist mit dir? Du warst selten, oder? Dann hat man sich nicht getraut, was wegzuwerfen. Und jetzt hat man schon wieder einen Überschuss. 606 XL. Das passt auch gut. So. Das wäre auch so ein Kandidat. Da hat man einfach das Größte, als man zwei Stück hatte, das Größte mit den meisten WP einfach entwickelt. Was bestimmt mega schlecht ist. Dann hätte ich jetzt die Möglichkeit, unter diesen vielen Shiny Kamau zu gucken, ob irgendeins dabei ist mit drei Sternen. Das entwickeln und dann hast du da diesen extra Puke Decks, den du befüllen kannst. Aber ich weiß nicht. Das macht es alles noch komplizierter mit dem Aufräumen. Ich wollte schon so. Ich bin mir bei den Kryptos immer unsicher. Bei den Erlösten, der Erlöste Decks. Das ist so. Ich weiß immer nie. Was hast du denn schon jetzt erlöst? Was hast du nicht erlöst? Dann erlöst es. Jetzt habe ich zu viel weggeworfen. Jetzt habe ich nur noch vier übrig. So kommt es, wenn ihr mich ablenkt. Carnivania, Roselia passt auch. Ilumise, Wolbi. Da können wir noch einen weghauen. Ich habe den Bildschirm anders machen müssen. So, sechs, sechs, sechs. Zu viel. Fritzl. Pass auf, Fritzl jetzt du. Fünf Stück können wir noch werfen. Eins. Zwei. Drei. Na. Vier. Ich hoffe, das passt jetzt. Fünf. Passt. So, Medity. Mein Arm tut weh. Also zwei können wir auf jeden Fall erst mal werfen. Und dann wahrscheinlich noch drei hinterher. Medity auch super geniales Pokémon. Da müsste man eigentlich mal gucken, wenn man entwickelt oder wenn man hochzieht, was kommt möglichst nah an die 1500 dran. Ist was, was man einsetzen kann. Aber man schickt sie halt alle lieber weg. So, Stolos, 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 Stolunio überall. Ah, da kann auch etliches weg, etliches weg. War ja jetzt auch erst Stahl-Event. Und du nicht. Du bleibst. Ja, ich sehe ja, dass ich noch mindestens drei weghauen kann. Weil ja eine ganze Dreier-Reihe, also eine ganze Sechser-Reihe oben drüber hängt. Hätte ich vorhin mal drauf achten müssen. So, ich sehe, dass ich nochmal drei wegwerfen kann. Oh, das ist mega anstrengend, ich sage es euch. Für euch ist das vielleicht, aber für mich ist das, das ist, es macht auch keinen Spaß. Muss man noch dazu sagen. Es ist anstrengend, es macht keinen Spaß. Und das kurz vor der Arbeit, ja, wenn man dann noch fünf Stunden hier streamen will. Also, da wundern sich die Leute, ah, der Stream fängt an, ah, der Ramse, der ist schon fertig am Anfang des Streams. Was hat er dann wieder gemacht vorher? Und jetzt sagt er auch noch, sein Arm tut weh. Ja, ja, was wird da wieder los? Wahrscheinlich habe ich vorher meine, meine Shinies aussortiert. Oder generell meinen Beutel mit Hunder dann auch und anderen Zeug. Ich meine, ich habe das Problem, dass ich bei den Hunder dann immer erstmal einen Favoritenstern dran mache. Und dann irgendwann will ich sie wegschicken und dann geht es nicht. Massen verschicken und dann muss ich sie trotzdem auch wieder einzeln anwählen. Das ist auch immer ein bisschen nervig. So, zu Bier ist, können wir ein, fort, packen. Rest bleibt hier. Neko, passt, nass, genäht. Ah, zwei weg und dann nochmal drei weg und dann nochmal zehn weg, hä. Aber ja, das ist alles Stahl. Also, auch fad. Oh, jetzt. Naja, gut, was heißt, oh, jetzt dauert noch. So, zwei jetzt noch, jetzt noch zwei, jetzt noch zwei. Der eine hat hier wieder einen, ha, der hat einen Favoritenstern. Und, der ist auch wieder alt. Das heißt, der war bestimmt auch getauscht. Azzurri zu lassen. Makuhita. Kann einer weg. Bestimmt unten bei den anderen verschwitzt. Flurme. Können auch drei, glaube ich, weg. So, drei. Flurme weg. Ninjask. Boom. Mels. Knilz. Kirlia. Drei. Das ist auch getauscht. Hier geht's eigentlich auch wieder nach männlich-weiblich, aber ich hab die Nase auch voll von Drassler. Drassler ist doch auch C-Day-Pokémon, oder? Ich hab schon die Übersicht verloren. Ist auch was, worüber ich mich gar nicht mehr freuen kann. Also, ich immer sehe und denke, eigentlich brauchst du es gar nicht fangen. Lass es stehen. Es müll dir eh nur den Beutel zu, oder irgendwas. Aber dann kommen ja unten noch die mit der Mütze. Die ja jetzt auch wieder dann in der Fashion Week kommen. So, das war normal. Die haben alle Mütze. Sechs Stück. Und da ist der Gardevoir. Drei. Sechs. Schwalbini. Sechs. Samurzel. Zwei können weg. Auch C-Day-Pokémon. Fand ich richtig schlimm, diesen C-Day. Dieses Pokémon allgemein. Und die Farbe. Du Turzl. Quest-Day. Kann auch hier weg. Nochmal zwei dazu. Die Farbe können. Forty. Forty. Drei. Drei. Das sieht gut aus. Und die ganzen Waumbills. Sechs Stück. Und was haben wir hier? Eins, drei, drei, vier, vier, sechs. Drei Stück, die auch weg können. Obwohl es bei Waumbill eigentlich auch mega wichtig ist, wenn da jemand alle Entwicklungen haben will und alle die ganzen Familien voll. Aber das ist jetzt nicht mein Problem hier. Also, da haben wir auch. Sechs. Sechs. Ne. Hier haben wir wieder zu viel. Also, das normale Zickzacks haut auch rein, wie man sieht. Das muss auch weg. Haben noch eine Dreierreihe drüber. Ihr könnt aber mal kurz gucken, ne. Wann gibt's XL? Wann gibt's nix? Zweimal gab's nix. Ein drittes Mal gab's nix. Zwei Versuche haben wir noch. Wieder nix. Ich glaube, die WP sind so niedrig, da gibt's halt nix. Und nix. Genau. Vivian, sechs. Hydropi, sechs. Flemmli, sieben. Einer weg. Eigentlich müsste ich die Großen verschicken hier. Mit die 700er, nicht die 300er. Für XL. Gekabor. Gekaputt. Auch kein XL. Soho, Olu, Lugia, Despotalavida, Suikunente, Raiku, Miltank. Da die Babys, die Babys. Capoeira. Capoeira. Ein mega seltenes Shiny eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun. Ach, kommen wir auch noch mal zwei weg, ne. Oh, hier Level Einser. Das kann man mal aufheben. Für ein NS, äh, für ein, für ein, für ein NM64. NS, für ein NATO-Sekt. Also, falls der Bock hat. Falls er sowas sieht. Ach du, jetzt habe ich alles weggeworfen, was Level Eins hat. Der sammelt doch Level Einser Shinies. Hm. Naja. Legendäre Level Einser Shinies nur. Der Rest ist egal. Dann haue ich halt das noch weg. Äh, Rabautz habe ich mittlerweile noch eins übrig. Für Second Show. Wir wollten ja auch gucken, dass wir Lucky werden. Far-Biegel ist noch am Start. Dar-M-Hier-Plex sind sechs Stück. Sechs normal, sechs mit Kostüm. Fan-Fie, Hund-Duster, Panzer-Egon. Panzer-Eron, sechs Stück. Man-Tag-Sechs-Budogil. Drei-Drei mit Kostüm, mit ohne Kostüm. Sechs-Korazon-Drei-Kwiekel. Komm, ist auch Seeday-Pokémon. Farbe sieht auch hässlich aus. Kannst auch eins weghauen. Sechs-Masch-Schneck-Markt-Teddy-Ursa. Früher cool. Heute Stuhl. Also, weg. Sechs-Sniebel. Drei, vier, fünf, sechs. Weg. Und? Ja. Nee. Doch. Da ist auch männlich-weiblich immer mit langes Ohr, kurzes Ohr. Hier mit Fesch. Sechs-Scaraborn. Potrott passt. Baldorfisch. Kann auch noch einer fort. Schnubbel. Da können auch zwei fort. Und letztens erst hier gemäxt. Da ist ein Hunder da. Drei. So, fertig. Mega, mega, mega. Scorkler. Scorkler. Drei Stücken weg. Drei Stücken weg. Da ist auch ein Krypto dabei. Zählt das jetzt extra? Sieben? Oder nehmen wir noch ein anderes dafür weg? Scorkler. Hat auch noch keiner gefragt bisher. Hast du einen Scorkler für mich? Hätte ich eh nein gesagt, ne? So haben wir nicht gewettet. Jetzt sehe ich auch, dass der Akku gleich leer ist. Dumm-Isel. Uh, eins zu viel. Das kann auch weg. Ist ja nicht Level 1, ne? Jetzt brauche ich da auch nicht mehr drauf achten. Tanzer. Tanzer fort. Tanzer noch mehr fort. Eins. Zwei. Drei. Aber nochmal drei. Vom Tanzer oben drüber. Weil das auch weg muss. Sie ist aber schön jetzt auch, die Farbe. Die Farbe hat mir damals sehr gut gefallen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ja. Jetzt brauche ich immer noch drei. Jetzt noch zwei. Danach noch eins. Genau. Und dann sind wir auch mit Hansa durch. Gira. Fahrig. 6, 7, 8, 2, weg. Bitte schön. Jetzt ist der Rest hier unten wieder schön geordnet. So muss das doch aussehen. Immer so. Zack, zack. Dann hast du genau den Überblick. Wohin genau? Mann, Frau, Mann, 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 Frau. Mütze, irgendwas. Jetzt hast du hier Shiny-Ikognitos. Die müssen wir natürlich alle aufheben. Mir fehlt jetzt gerade Shiny-Ikognito-Y. Falls das jemand hat, könnt ihr euch gerne melden. Ich kann euch ein paar andere Buchstaben dafür zurückgeben. Lasho King, Kramurx. Nee, du schmeißt immer alles weg. Ja, aber nicht sowas. Das habe ich jetzt extra aufgehoben. Das war doch das Falsche, oder? Ja, eben. Der hier hätte weggemusst. Haben wir noch so viel? Ja, zwei Stücke noch voll. Kramurx. Damals auch richtig cool. Am 1. April rausgekommen, glaube ich. Alle haben gesagt, das gibt es gar nicht. Dann wieder doch. Hat Spaß gemacht. Sechs. So, Felino hier. Best Buddy. Kann weg. Warum? Wieso war das überhaupt Buddy? Keine Ahnung. Nochmal zwei. Noch eins. Zählt das dann aber trotzdem zur Medaille? Hoffe ich. Nicht, dass es dann jetzt... Habe ich nicht mehr auf der Hand. Also wird es jetzt weggenommen. Janma. Gewappes in den Morgen. Janma. Ohne dich. Sonnenkern, Griffel. Hubbel, Hubbel, Hopf und Hips. Hips und Hopps und Hopf. Und hey. So. Drei. Noch weg. Drei. Eins. Ich muss aufs Klo. Boah. Die Blase drückt. Ich habe gerade den großen Schokomail-Test gemacht. Vor dem Video. Mogelbaum. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mogelbaum. Barbar. Wäre ich nicht so in Raupi verliebt. Wäre Mogelbaum mein Pokémon. Bonn. Ähm. Oh. Jetzt höre ich was. Da kam ein Störsignal. Als würde jemand gerade anrufen. Das. Lassen wir mal neun Stück von dem. Da haben wir auch hier. Woll die Lammkümmer. Sechs Stück. NATO haben wir hier. NATO haben wir auch viel zu viel. NATO kann auch fort aufräumen. Die große NATO-Aufräumaktion. Was für Level auch. 14, 14. Ich meine, das ist auch wieder Level 1. Boah. Guck, wie viele NATO wir haben. Viel zu viel NATO. Viel zu viel. Bei den Stadern wird es dann wieder kompliziert. Damit wir da irgendwann erstmal hinkommen. NATO. XL. Gibt so ein kleines NATO ein XL? Gerade nicht. Auch nicht. Jetzt mal drauf achten, ob irgendwann eins rauskommt. Rausfliegt. Nee. Ja, umwandeln. Genau. Hey, du bist so mit Rücken beschäftigt hier. Ja. Oh, XL. Aber gut. Hat das jetzt schon 700 noch was gehabt? Oder war das jetzt noch das Kleine? Nee, das gibt auch keins. Ja, es ist ja eh Zufall. Also das hat auch ein XL abgeworfen. Und das macht auch ein XL. Togetik. Hey, Togepi. Hey, Pichu. Babys. Yo, yo. Lampi. Können drei weg. Oh, wenn dann erstmal Pikachu kommt, da wird es richtig kriminell. Weil Pikachu sind glaube ich noch viele dabei, die man für eine Verlosung noch aufgehoben hat. Eine Verlosung, die man schon hatte, aber eine Verlosung, die man nochmal nachholen kann, wenn die eben noch mehr am Wert steigern. Ja, es gibt Zeiten, die berichten hier, Pikachu Schwarzmarkt und so wächst und alles. Aber es gibt halt Leute, die wollen kein Geld damit verdienen. Es gibt Leute, die wollen in der Community was Gutes tun, dass die dann so eine Rarität auch an Mann bringen können. Kostenlos. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei weg. So, drei, sechs, drei. Ja, passt. Visa. Visa zu viel. Das ist keine Frage. Visa zu viel. Das ist eine Feststellung. Zu viel Visa. So klingt es glaube ich. Ein leuchtender. Sechs davon. Kanimani. Ist auch zu viel. Kleiner. Du bist zwar cool, aber... Hätte Ismo wieder gesagt, hättest du mir alle gegeben. Nee, den kriegst du ja eh wieder überall her, hinterher geschossen oder so. So, drei, vier, fünf, sechs. Feurigel. Feurigel macht den Trend mit. Und knallt sich da hin. So. Jetzt wird's brenzlig. Feurigel. Sechs. Passt. Endibie. Ey, das war damit so Hammer. Sea Day. Immer um die feste Coburg rumgelaufen. In einer Gruppe. Jedes Pokémon, was du gesehen hast. Was dann neu ins Spiel kam. Oder was dann shiny neu reinkam. Das war richtig Hype. Der Hype war da. Und jetzt heutzutage so... Ja, alles kein Wert, ne. Drei, vier, fünf, sechs. Die Sim stimmt alle noch von damals. Mit dem Fangort dran und mit dem Dardom. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was ist denn los hier? Weil der kleine Scheißer da in der Arena sitzt, muss ich den Rest... Mewtwo! Mewtwo hat schon auch ewig keiner mehr gefragt nach einem Mewtwo-Shiny. Aber die hebe ich trotzdem einfach mal auf. So, Dratini. Ist cool. Ja, komm, jetzt habe ich eins weggeworfen. Den Rest lassen wir mal so. Zaptos, Actos, Lavatos, Relaxos. Kabutops, Kabuto, Amonitas. Amruh, da kann man wieder was machen bei denen. Relaxo mit Hut letztens auch erst in dem Lucky Trade weggegeben. Also das sind natürlich Sachen, da hat man ja nicht 50 Stück von. Und das ist aber das, wonach gefragt wird. Passt. Porygon passt hier. Weiß ich nicht. Vielleicht passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Und dann hast du 303 mit einer Mütze. Tu mal drei weg. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tu mal die sieben auch noch weg. Haben sechs. Und dann haben wir noch einen. So, Ditto. Uh, Ditto haben wir ein paar. Ditto heben wir mal alle auf. Labras mit Schleife. Zwei Labras normal. Passt. Sind sechs Stück. Kabador. Ja, da können wir auch eins wegtun. Komm. Ist auch ein Seeday Pokémon. Taurus. Pinsier. Pinsier. Bisschen aufräumen. Pinsier habe ich auch geguckt. Kriegt ja auch noch eine Megaentwicklung. Wollte ich schauen, dass ich die XL voll kriege. Jetzt habe ich sie voll. Aber jetzt kann ich hier durchs Verschicken wohl nochmal das ein oder andere XL rausholen. Ich will den Mund zu voll genommen. Passiert so gut wie nix. Ein Pinsier-Bonbon. Und? Und das war's. Kein Pinsier. Magmar. Selbe. Obwohl Magmar keine Megaentwicklung hat. Laut meinem aktuellen Stand. Ist ja eh hier ein Zino-Ding. Pinsier nicht. Pinsier ist halt viel cooler. Ja. Das wird sich nicht mit Zino-Steinen berüsten. So, können wir nochmal drei weghaulen. Weil das ist trotzdem auch ein Seeday-Pokémon. Aber. So. Weg, weg, weg. Da ein XL zu. Elektek. Das ist dasselbe. Wie Magmar. Nur in meinen Augen viel, viel cooler. Weil. Ich weiß nicht. Feuer-Pokémon habe ich so gut wie noch nie irgendwie genutzt oder eingesetzt. Aber Elektro ist einfach immer gefragt. Sichlor. Kann man auch welche weghauen. Die sind ja eh geboostet. Ja. Dann können wir noch eins weghauen. Und dann können wir wahrscheinlich noch eins weghauen. Von 2019. Das auch noch. Müssen wir genau sechs übrig haben. Panimus. Reicht sechs. Dami Goldini. Kangama. Tangela. Tangela können ein paar weg. Dieses Spaghetti. Grüne. Was sind das? Apfel-Spaghetti. Die schmecken bestimmt richtig cool. Weg, 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 weg. Voll auf die Konzentration. Charnera. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh. Kann alles weg. Bis es dann plötzlich einen Blumenkranz hat. Kann das alles fort. Immer schön hier am Rand. Ich sehe die WP nehmen ja ab. Und sobald eins mit Blumenkranz kommt, müsste das wieder mehr WP haben als alle anderen. Das ist jetzt hier im 200er Bereich. 163, 46 und 1000, weil es jetzt einen Blumenkranz hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs mit Blumenkranz. Sechs ohne. Passt. Rihonior. Packen wir mal eins weg. Smog-Mog. Passt. Schlur passt. Nok-Chan. Können wir auch ein paar weghauen. Das ist doch der Jochen, hä? Jochen, du willst Mewtwo sein. Tu bist Nok-Chan. Das sage ich dir hier nebenbei. Nochmal drei. Hat auch noch keiner gefragt. Danach. Müsste die Kartoffel dann auch noch kommen. Also Kikli. Dann nochmal zwei. Ja, Kikli direkt danach. Kikli. Kikli. Vier. Weg. Eins. Aha. Ja. Zwei. Drei. Vier. Ist echt mega anstrengend. So. Passt. Tragosso. Zu viel. Weg. Zwei Stück. Den haben wir, glaube ich, auch getauscht. Kann sein, dass der auch getauscht war. Koko-Wai. So. Passt. Hier. Kleine. Ja. Passt. Voldoball. Drei Stück. Erstmal fort. Gab es heute auch eine Diskussion mit, welche Shinies bisher garantiert waren. Ging es um Mew und sowas. Hab ich gesagt. Voltoball. Damals für die Leute mit Ticket in der Safari-Zone. Haben das auch garantiert als Shiny aus der Quest bekommen. Genauso wie Parvi aktuell bei einer Safari-Zone. Dass es das damals schon so gab. Und dann jetzt auch immer noch. Also nicht nur beim Go-Fest irgendwelche Sachen. Oder bei Joto-Touren. Es gab auch schon so garantierte Sachen. Es sind aber jetzt nicht alle eingefallen. Traumato. Traumato. Auch weg. Weg. Wir sind wenigstens schon mal bei Generation 1 gelandet. Also in der Kando-Region. So. Ich muss nämlich immer dringender. Wir haben aber noch so viel zum Verschicken. Das noch fort. Das noch fort. Das dürfte alles noch gut jetzt mit reingehen. So. Nochmal drei. Wenn es so viel Spaß macht. Merkt man doch. Oder? So viel Spaß das macht. 500. 500. 500. Da sind sie schon. Sechs Stück. Onyx. Zwei weg. Ist ja auch. Deutlich. Shiny. Boostet. Habe ich aber schon mal drastisch aussortiert. So wie es ausschaut. Nebulak. Ja. Komm. Drei Stück weg. Ist. Auch CD-Pokémon gewesen. Ist natürlich sehr cool. Als Gengar. Mega Gengar. Die Leute haben so selten Shiny Mega Gengar am Start. Dieses Weiße. Wahrscheinlich wissen die gar nicht, dass das Weiß ist. Slimer. Passt. Slimer. Passt. Juro. Du. 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 Drei. Ja. Geht's nach dem Hals wieder. Machen wir mal. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Schwarz. Weiß. Und der Rest kann weg. Dass wir drei Schwarzhälse haben. Und drei Weißhälse. Also eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Das heißt. Ja. Nach dem 590er. Die können weg. Wem das noch nicht aufgefallen ist. Aber sieht man bei der Weiterentwicklung auch. Schwarzer Hals. Weißer Hals. Also gelber Hals. Porrender. Magnetilo. Da können auch etliche weg. Sicherlich auch durchs Stahl-Event. Dass da einiges reingeflogen kam. Das 187er. Das muss weg. So. 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 JT. Look at this. Vier Stück glaube ich noch. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Ja. Und weil oben noch einer hängt, den auch. Die haben auch wenigstens immer schön hohe WP. So. Lamus. Fleckmon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ab 700 noch was. Die kriegen es ja dann auch wieder eine Brille. Aber bis zur Brille können wir die auch erstmal weghauen. Wer weiß, was sie noch mit der Brille vorhaben. Man konnte die ja dann entwickeln. Und dann hat die Entwicklung einfach eine andere Brille gehabt. Und dann ins nächste Jahr rein. Aber das wird sich Ende des Jahres zeigen. Ob es da plötzlich für 23 wieder irgendwas gibt. Sechs Stück also nochmal. Hier. 2020. Und hast es dann entwickelt. Hat es dann eine 22er Brille bekommen. Das war richtig brutal. Bonita. Sechs. Normal. Sechs. Zwei. Weg. Über tausend. Pass. Können wir aufheben. Kleinstein. Sechs. Hier auch drei. Komm. Drei. Fort. Der Goldklumpen damals auch richtig stark. Richtig begehrt. Der, der den hatte. Der war auch gehasst. Jeder wollte den. Jeder ging den Leuten dann. Hey. Kriege ich deinen Goldklumpen? Bitte. Nein. Das ist meiner. Such den eigenen. Ah. Bitte. Oder alle ausgerastet wegen dem Kleinstein. Tentara. Wo kommen die denn jetzt her? Tentara auch so selten gesehen in letzter Zeit. Aber einfach richtig schönes Shiny. Durch diesen. Das grüne Gefratzel da dran. Der auch von 2019. 10. So. Packen wir auch hier ran. Haben immer noch zwei übrig. Eigentlich auch eins, was seltener ist, was man hätte aufheben müssen. Aber wir haben es jetzt einfach weg. So. Mach Rollo. Ja. Auch CD-Pokémon. Auch bei Kampf-Events immer wieder verstärkt. Also. Also vermehrt aufgetaucht. Mach mal auch einfach sechs Stück. Der Rest hat Pech. So. 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 Ich glaube, wenn ich dann doch oben gucke. Und nach der sechster Reihe anfange zu löschen. Da habe ich einen besseren Überblick. Und schmeiß nicht wieder zu viel weg. Ja. Das sieht doch gut aus. Sind wir gleich durch, oder was? Wenn wir bei Mojolo sind. Nein. Neben dem ist noch einer. Ja. Sieben, Salah. Sechs, sechs, sechs. Eigentlich müsste ich dich aufheben. Ich schmeiß mal deine Brüder weg. Drei Stück. So. Sieben, Abra. Weg. Eins zu viel. Hauen das fort. Ja. Heben das sechs, sechs, Sechser auf. Quabbo. Quabbo. Quapuzzi. Hier. Menki. Passt auch. Emton. Passt. Mauzi. Sieht aus, als würde es passen. Dikta. Passt nicht. Dikta haben wir zu viel. Die Blaunäschen müssen weg. So. Kommt der jetzt wohl auch in der Fashion Week mit Mütze. allem drum und dran. Dass das wieder richtig toll aussieht. Wenn schon wieder rumgemeckert wird. Dass Dik Drei dann nur einen Hut hat. Anstatt, dass alle drei Köpfe dann einen Hut haben. Was irgendwie viel cooler gewesen wäre. Ja, man hat viel Potenzial. Man kann sehr kreativ sein. Oder man lässt es einfach. Und die Leute sind enttäuscht. Dass halt alles einfach nur so billig ist. So. Sechs. Sechs. Passt auch. Hier sind sechs. Zubat. Sechs. Können wir also auch einige löschen. Da war auch wieder was altes dabei. Bestimmt auch wieder getauscht. Zubat auch richtig cool als Pokémon. Also als das Shiny. Das Shiny Zubat. Richtig cool. Golbat. Richtig cool. X-Bat. Da nicht. Guckt euch doch mal diesen grünen Klumpen an. Das passt so toll zu einem Gift. Pokémon. Pummeluf. Können zwei weg. So wie ich das hier sehe. Sind sechs übrig. So. Wulpix. Hm. Dann haben wir so. Dann haben wir hier eins zu viel. Pixi. Können wir auch alle weghauen. Bis auf sechs Stück. Gab es ja bei der. Beim Sonnen. Bei der Pipi. Die Pipi Party. Ja. Dieser super Name. Die Pipi Party. Glaube ich eins bekommen noch. Dem letzt. Zwei Stück glaube ich noch. Oh. Ne. Ich habe schon eins zu viel gelöscht. Passt. So. Nidorin. Nidoran. Nidoron. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Also eigentlich alles weg. Nach unten. Plus der neben mir. Ist auch wieder alles hier so mondmäßig. Bruder. Mond. Das bist nicht du. Du bist nicht du. Wenn du drei. Vier. Sechs hast. Passt. So. Hier. Hier. Aber. Einer. Dürfte reichen. Zum. Drei. Sechs. Passt. Samdan. Passt. 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 Pikachu. 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 Lassen wir einfach mal außen vor. Weil Pikachu ist so eine eigene Kategorie für sich. Hier sind so viele von dem einen Event. So viele von dem anderen Event. So viele mit anderen Mützen. Mit anderem Zeug. Das muss ich mir in Ruhe nochmal angucken. Rettan 2 sind auch mit Okinawa Hemdes noch dabei. Die wir schon mal verlost haben. Die man auch nochmal verlosen kann. Die mit den Luftballons von Okinawa waren dabei. Die auch ganz chillig aussahen. So. Rettan. Rettan sind wir schon vorbei. Radfratz meine ich. Ist auch eine zu viel. Taupsi. Passt. Hondiyu. Passt. Smetbo. Ohne. Und die anderen mit. Lass mal so. Raupi. Noch ein paar. Smetbo kommt ja auch wieder zurück in der Fashion Week. Auch wieder mit dieser Schleife. Also danach kann man wahrscheinlich auch aussortieren. Raupi muss noch fort dreimal. Und noch eins. Und noch eins. Eins. So. So. Shiggy. 3, 4, 5, 6. Krypto. 3, 4, 5, 6. Brille. Passt. Glumander. 3, 6. Dann Krypto. Dann Hutmütze. Bisazan. Bisazan. 3, 4, 5, 6. Ah. Hier ist das siebte. Das kann weg. Dann Krypto. Das kann auch wieder weg. Mütze, Mütze, Mütze. Anderes Krypto-Dings, den dann her passt. Das war von 3,000. 3,300 oder irgendwas. Sind wir noch bei 2,538 angekommen. Das war meine Aufräumaktion mit Ich lösche Shinies. Featuring J.T. Was geht ab? Eine Stunde, eine Minute. Mal gucken, wer sich das anguckt. Wer es bis jetzt hierhin geguckt hat. Da kann er mal reinschreiben. Hey, yo. Ansonsten muss ich jetzt übelst aufs Klo. Und dann muss ich gleich anfangen, meinen ersten Shield-Stream zu machen. Also wisst ihr dann, von wann das Video ist. Nämlich irgendwann mal von einem Freitag bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und danke J.T. Für die Unterstützung, dass du jetzt eine Stunde lang deinen Mund aufgehalten hast. Also das fand ich richtig stark. So, das ist eine kleine Übersicht mal über meine Shiny. Meine Shiny-Sammlung gerade da drin. Und was ich da immer wegwerfe und was, wie, wo. Und wenn wir mal Glücksfreunde sind, dann greift halt mal in die Wundertüte rein oder so. Ich brauche ja meistens nur normale Dinge. Aber ich bin es ja nun gewohnt, dass die Leute immer auf Shinies im Glückstausch abgehen. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ciao.